Also die Idee von Sonnerwein verbindet natürlich zwei tolle Interessensgebieten von mir, oder zwei Berufsfelder eigentlich, wenn man so will. Und das ist ganz einfach Musik machen und Wein machen. Und ich musste auch feststellen, so wie ich das eigentlich so im Kopf eigentlich alltäglich mache, dass das eine das andere ergänzt, dass die Musik bei der Weinwerdung wahnsinnig hilfreich war, dass der Prozess der Gärung deutlich harmonischer abgelaufen ist, deutlich verlässlicher abgelaufen ist. Und ich muss sagen, nach den ersten Ergebnissen und Erfahrungen bin ich eigentlich wirklich ziemlich begeistert.